so moin moin grüßt euch herzlich willkommen heute meine kleine mod vorstellung gestern abend hause kommen und wollte ich euch mal zeigen so haben wir denn schon hier an einmal 60 30er und einmal die das ist ein pack die drei mit den an und lader ja nein aber ja 130 140 155 diese größte immer mal die breitreifen pflege reifen GPS full option an den So, dann machen wir den nächsten 60-30er, Gewichtsauswahl vorne, Fronthydraulik, Frontlader, 100, 110, 125, also 125 ist der größte. Nehmen wir mal das, was gibt es hier noch, GPS, Standard, GPS, CLS, Standard, alle Lichter, nehmen wir mal alle Lichter. So, dann der nächste, ich glaube das ist ein 70-30er wird er sein. Den haben wir mit 500 Kilo, Frontlader, 125, 31, 135, 145, 155, also 145. Lass mal die mal auf Standard, diesmal. Und den letzten, da nehmen wir mal 1000 Kilo. Oh, jetzt macht er irgendein Update im Hintergrund, das läuft ja so komisch. 90, 200, 210, 225, also 225 ist der größte. Nehmen wir das mal. So, dann haben wir noch den Häcksler. Da ist er. So, da stehen sie alle. Oh, dann machen wir mal mit den 69-30er an. Alle Lichter. Geht. Aber noch. Scheibe. Der aufklappt. Ja, der aufklappt. Ja. Hier. Ja. Ja. Beep! Beep! Geh'ang, ihr gott's, Puck! So, dann haben wir hier den 6430, der kleinste, auch hier haben wir den 5.0, und jetzt werden wir dann auch noch einmal hier in der 100,000,000 Euro für den 1.5,000 Euro für das. Wohl animiertes Kapitze. Ich brauche alle Lichter. So, dann haben wir diese Mittelhosen. 73,30. Ich brauche das gleiche. Aha. Hier alle Lichter. Und den größten, den es da gibt. 75,30. Ich brauche das gleiche. Ich brauche das gleiche. Ich brauche das gleiche. Ich brauche das gleiche. Ich brauche das mit dem Knie. Und jetzt das gleiche. Das war die vier John Deere. Wir kommen mal zu den neuen Holland. Das war's für heute. Ups. Ja, fangen wir mal zum Maisfilter an. Ich glaube, da hinten muss ich hier eins haben. Ja. 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 Nehmen wir mal den hier. Wollen wir noch einen Anhänger. Gucken wir mal was er macht. Nehmen wir mal den. Nehmen wir mal den. Ja. 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 Oh. Oh. Ah, jetzt ist es nicht dran. Ach, jetzt. Das war's. Jetzt macht was er soll. Man sieht auch die Strata animiert. Das war's auch schon. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Kurze Vorstellung. Vielleicht gefallen euch die Mods ja auch. Dann sag ich. Wir sehen uns später wieder. Bis dahin. Tschüss.